Jo Leute, was geht ab? Und gestern war es dann endlich soweit, der Aston Martin AMR22 wurde gelauncht und wir werden einen großen Blick drauf werfen. Wir haben jetzt endlich ein bisschen zu Referenzdaten, so sprich Red Bull, die ja gestern, die am Mittwoch schon gelauncht haben. Und wir werden natürlich auf jeden Fall vergleichen und natürlich auf die Launchbilder und auch das Launchvideo, das es endlich mal gegeben hat. Ich habe nämlich ein bisschen die ganze Zereomie und so weiter mit aufgenommen, also gucken wir uns mal ganz am Anfang das Video an. Ich habe hier zwar keinen Sound, aber es ist episch auf jeden Fall, hier haben wir das Auto. Schau mal an, also es war dann endlich soweit, der Hypefaktor war riesig und schaut euch das mal an. Man hat das Pink komplett weggelassen, ich habe auch auf TikTok dazu ein bisschen gesagt, gefällt mir sehr, 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 sehr gefällt mir das Auto. Und man hat dieses Pink in Neon-Grün-Gelblich, also in so einer Neonfarbe geändert und das finde ich echt wunderschön. Auch mit den Radkappern hat man das ziemlich cool gemacht mit diesen weißen Strichen, feiere ich auch auf jeden Fall. Und Aramco ist ein fetter Hauptsponsor, man hat ihn auch in den Namen mit aufgenommen. Auch die Frontflügelpartie gefällt mir sehr gut und ja, viel mehr Aramco hinten gefällt mir nicht. Also, dass man hinten das komplette Aramco-Logo auf der Hinterseite von Mechflügel gelassen hat, naja, ist auf jeden Fall ihre Sache. Aber trotzdem, so vom Ganzen her finde ich das cool. Man hat da viele Einblicke euch in diesem Video gegeben, auch diese über die Kühlerschlitze und Worte möchte ich nachher noch reden. Aber ich finde das Auto an sich eine Glanzleistung, es sieht wunderschön aus und es ist bis jetzt, gefällt es mir euch sehr gut, besser wie der Red Bull und auf jeden Fall besser wie der Haas, der ja so inoffiziell schon gelauncht hat. Und man heißt jetzt einfach Aston Martin Aramco Konianza Formula One Team. Also man hat eine sehr große Partnerschaft und hier kann man dann direkt das Auto in der Frontflügel-Version sehen, so dieses Standard. Und man hat hier sogar noch auf dem Seitenteil einen kleinen Leitflügel draufgegeben. Ob es was bringt, weiß ich nicht, aber es sieht auf jeden Fall sehr schnittig aus. Und ja, wie findet ihr das Auto? Schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare, aber so auch vorne. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal auf die ersten Bilder eingehen. Hier sehen wir nochmal von oben und da sehen wir auch direkt, was fällt auf diese Kühlerschlitze, also auf diesen bauchigen Teil neben dem Fahrer links und rechts. Man sieht auf jeden Fall, die sind dann den komplett anderen Weg gegangen wie Red Bull und auch Haas. Ja, die Heckflügehalterung zum Beispiel gefällt mir wieder sehr gut, ähnlich wie beim Haas. Aber so diese Rillen hier, ich markiere sie mal, die finde ich echt sehr, sehr schön. Ob sie jetzt was bringen, im Gegensatz zu einem Red Bull, der das nicht hat, weiß ich nicht. Also da kann ich euch nichts sagen dazu. Aber ich kann euch mal hier, wir gucken uns jetzt mal die Frontansicht an. Und die ist hier. Es fällt auf jeden Fall mal auf, man hat eine andere Perspektive wie die anderen. Also man ist ein bisschen höher und doch schräger. Aber hier auch von der Ansicht her, der Frontflügel wirkt ähnlich. Also diese Seitenteile wirken ein bisschen höher wie die beim Red Bull, so ähnlich wie die beim Haas. Aber wir gucken uns hier mal. Wie gesagt, ich möchte einen direkten Vergleich und den habe ich halt nur hier in der Red Bull Version. Und wie gesagt, auf jeden Fall fällt auf, man hat den Kühler, den Motorkühler ein bisschen kleiner gehalten bei Aston Martin. Auch der Heckflügel an sich sieht mir ein bisschen größer aus wie bei den anderen. Also der sieht mir ein bisschen breiter aus. Trotzdem an sich her ist es natürlich so ziemlich ähnlich. Also man kann sagen, es ist sehr ähnlich zum Haas, außer wie zum Red Bull. Aber so auch von der Frontflügelpartie her, die Spitze, ja das kann man natürlich nicht hundertprozentig hier nachahnen. Weil die Bilder natürlich jetzt, man hat noch nicht viel Bildmaterial, was die Teams so rausgelassen haben. Gerade Red Bull hält sich da sehr bedeckt. Und ja, das finde ich ziemlich cool. Ja, so wie gesagt, die Kühlschlitze fallen natürlich voll auf. Ob es was bringt, weiß ich nicht. Verboten ist es nicht. Und ja, ich finde es cool, dass die da ihren eigenen Weg gehen. Und ja, so, die Seitenansicht meiner Meinung nach auch eine sehr wichtige Ansicht. Und da fällt auf jeden Fall designmäßig viel auf. Also man sieht auf jeden Fall, diese kontinuierlich grelle Farbe wird da richtig durchgezogen. Und auch hier, so von der Nummer, über der Nummer 18 auf dem Heckteil bis zum Heckflügel rauf, dieses durchgezogene, finde ich echt nice. Also das ist wirklich eines meiner Lieblingsdesigns bis jetzt. Das Auto sieht verdammt gut aus. Man hat sich da was getraut. Auch, dass die Radkappen rot sind. Also, dass mit den Radkappen nur die Striche sind, finde ich ziemlich cool. Ähnlich wie früher halt, wie früher diese normalen Felgen waren. Aber natürlich auch dann die roten, ähm, diese roten Schraubmuttern, finde ich auch cool. Und ich finde das Auto an sich wirklich, also ich glaube, man merkt mir die Begeisterung auf jeden Fall an. Auch hier von hinten. Die Heckansicht, wie gesagt, das Aramco-Logo fahre ich nicht so mit den Aramco-Farben. Aber natürlich, es ist ein fetter Sponsor. Es ist ein Namensgebung, also ein Sponsor, der sogar den Namen mit vorgibt. Und deswegen, denke ich mal, musste man da auch ein bisschen, ja, zeigen. Man hat auch nicht viel Sponsoren, fällt mir auf. Man hat Aramco, natürlich, ähm, ähm, JCP hat man. Und auch natürlich dieses Kognizial, oder wie das heißt. Und ja, sonst, ja, auch, okay, ja, vorne sind wieder ein paar drauf, trotzdem. Also, es ist auch sehr schlicht gehalten. Hier von oben, ja, da wollte man wahrscheinlich diese Kühlschlitze, ähm, ja, ein bisschen zeigen. Ich finde das ziemlich cool, was schlussendlich den Vorteil bringt. Bin mir nicht sicher, aber ich finde es schon mal cool. Dass man eigene Wege geht, äh, bei manchen Teams. Also, äh, nicht, dass jeder so das Gleiche macht. Sondern, dass man da andere Sachen probiert. Und ja, wie gesagt, es sieht gut aus. Und ich bin echt gespannt. Ja, die Innenansicht, man, man sieht hier nicht viel. Fand auch cool. Sie, manche machen so die Präsentation auf YouTube, manche so auf Instagram und so. Die haben ja eine Partnerschaft mit TikTok. Sieht man auch hier im Fahrrad, im Cockpit. Und deswegen finde ich das ziemlich cool. Auch die Lenkrad-Ansicht ziemlich cool. Ähm, äh, die haben die Präsentation auf TikTok im Livestream gemacht. Konnte man sich natürlich ziemlich einfach angucken. Und hier haben wir dann den direkten Vergleich mal von oben zu dem Modell vom letzten Jahr. Und natürlich, wie gesagt, da fällt ein riesen Unterschied mal auf. Man hat die kompletten, dieses pink-rötliche in ein wunderschön. Echt genial. Er erinnere mich fast an Brown GP damals. Aber es war eher grünlich, ja. Aber ja, hier in so ein gelbliches, ja grün, ich weiß nicht genau. Es ist so eine Neonfarbe. Aber die sieht verdammt cool aus. Also ich finde das so nice. Das Auto ist ein, 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 ein richtiger Augenspaus auf jeden Fall. Wie findet ihr das Auto? Äh, gehen wir nochmal aufs zweite Vergleichsbild von der Seite. Da fällt natürlich auch auf. Man hat, äh, hier, das Design ist komplett anders. Äh, die Sponsoren sind auch ähnlich auf den gleichen Feldern. Aber der BWT ist weggefallen. Also man hat der BWT als Sponsor verloren. Oder sie sind dann halt einfach rausgegangen. Trotzdem, äh, auch dieses Aston Martin-Logo fällt mir gerade auf. Das haben sie auch an der gleichen Stelle gemacht. Und unten haben sie da einfach noch Aston Martin in Leuchtfarben draufgeschrieben. Einfach klasse. Also mir gefällt das. Auch von der Farbe her, glaube ich, ist das ein anderer Farbton. Also das ist nicht die gleiche Farbe, glaube ich. Äh, trotzdem. Also ein schönes Auto. Äh, und ja. Wie findet ihr das? Formel 1 News noch am Rande. Denn Riccardo hat auf, äh, Instagram seinen neuen Helm. Und auch auf Twitter seinen neuen Helm-Design vorgestellt. Er hat ja dieses Spray-Muster. Und ja, jetzt hat er so lila-orange mal von oben. Und hier von der Seite so orange, ne. Passt natürlich auch zum Team mit Blau und Grün. Aber es ist auf jeden Fall sehr außergewöhnlich. Ich feiere dir auch die Nummer 3 drauf. Und ja, ich hoffe, ihr feiert das Design auch. Wir werden auf jeden Fall auch auf den McLaren, der heute erscheinen wird. Äh, entweder heute noch, aber vermutlich morgen, äh, reagieren auf den Launch. Ich freue mich da natürlich auch mega drauf. Das ist mein Lieblingsteam. Ich hoffe, die haben da auch ein bisschen Mut gezeigt. Ähm, man hat ja auch schon gesehen, das ist echt das erste Team, was mir richtig gefällt. Was so, wow. Weil bei Red Bull, ja, ich meine, da geht man eh seit 10 Jahren die gleiche Library durch. Aber, äh, oder das gleiche Design, Schema, so quasi, man geht seit 2015 bei Red Bull immer das gleiche Design. Äh, aber, ja, da hat man sich echt mal was getraut. Ähm, ja, ich meine, getraut ist jetzt auch. Ja, aber man hat da auf jeden Fall Mut zur Farbe. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken am LinkedIn-Channel. Gehen kostenlos, schaut euch gerne auf den Zugang vorbei. Äh, TikTok wird auf jeden Fall auf YouTube-Tobi viel Neues kommen. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Bis später oder morgen. Ähm, bis später hier auf YouTube wird auch noch was kommen. Formel 1 und auch eine Reaction oder später auf, äh, TikTok noch. Da kommen noch Quiz und vieles mehr. Da werden wir auch direkt noch heute auf die McLaren reagieren und auf meine ersten Meinungen und Eindrücke. Dankeschön fürs Zugucken und tschau. Tschüss. Tschüss. Das ist was I want.